Deutsche Memes die You Looked Echse. Let's go! Dieses Video soll jemanden verletzen und nicht zur Dehaltung. Alles klar. Kann ich es mal ausprobieren? Natürlich, ich probiere es. Ist ganz einfach. Das ist der Rudi und der Josefus. 187, Hai und hungrig, war schon, jetzt kommt Schnapp, das Motherfucking Krokodil, Habibi. Wuhu! Ist die jetzt im Abfluss drinne? Ich ertränke die. Die Dreckige Kuchenbassertspinne. Warte, warte. Die krabbelst raus, aber noch nicht. Mama. Ja. Zeig dir mal was hier mit dem Glas, okay? Mach mal deine Finger hier so. So? Ja. Jetzt, komm mit. Wie, wie denn? Ja, komm einfach mit. Ey, das geht nicht. Lass mich das hier. Also, also ein bisschen, ein bisschen, Leute. Hatte jetzt gerade jemand drücken? Und von vorne, von hinten, kommt, kommt. Geht mir aus dem Weg, geht mir aus dem Weg. Geht mir aus dem Weg, dass ich mich verfrügel bin. Ich hab Garnis gemacht. Garnis. Ich hab die Auswertung dabei. Und was soll ich sagen? Ich hab dreimal nachgerechnet. Aber das ist, wie das. Hast du mich aufgeweckt? Ja, ich hab dich aufgeweckt. Wie? Wie kann das tun? Ich hab versucht, das nicht zu tun. Mir wird schlecht. Ich kann dich sehen. Ich hab ein Happy Meal. Mac Nuggets. Kohle Light ohne Eis. Awesome. Ist das Mario? Nein, danke, ist alles. Nein, nein, nein. Hey, was machen Sie denn da? Ich mache gar nichts. Es sieht so aus, als würden Sie gerade mein Auto klauen. Ich bin doch kein Straftäter. Ja, gut, dann passt schon. Ich wusste es. Ah! Warte mal. Warte mal. Warte mal. Jetzt bin ich hier stehen geblieben. Und das war nur durch Zufall vor einem Blitz. Oh nein. Nein. Ach, schade. Jetzt kann ich... Oh, nee. Entschuldigung. Entschuldigung. Es tut mir jetzt echt leid, wenn ich die Arbeit behindern tue. Es tut mir jetzt echt leid. Ich meine, irgendwie startet der Motor gerade nicht. Okay? Ja. Ah, holen Sie gerade jemanden, der mir helfen kann? Das ist aber lieb von Ihnen. Ich bin lieb von Ihnen. Wie bitte? So, ich bin gar nicht lieb von Ihnen. Kein Problem. Perfekt. Dankeschön. Dankeschön. Ja, es ist jetzt aber echt schade. Ah, Mann, Alter. Bruder, das ist voll nervig. Hä? Bruder, das ist voll... Was hast du gesagt? Bruder, das ist voll... Ja, Mann. Hä, warum lachst du eigentlich? Ähm, war das lustig, was du gesagt hast? Mein Girl-Lington-Kranken, war das für so lustig... Gute Bildqualität, gutes Licht, Hochkantfilm und dann drückt man einfach auf Sound aufnehmen und dann lässt man seiner Kreativität freien Lauf. Und das sieht dann so aus. Musik Also, ein bisschen WM-Fieber kommt wohl doch bei dem Frankfurter auf. Haftbefehls Favorit ist übrigens Deutschland, aber das wohl nicht aus Überzeugung, sondern eher notgedrungen. Für wen soll ich dann sein? Kurdistan gibt's ja leider nicht. Liebe Mitbürgerinnen und liebe Mitbürger, spätestens seit dieser Woche wissen wir, wir sind jetzt in einer sehr ernsten Phase der Corona-Pandemie. Tag für Tag steigt die Zahl der Neuinfektionen sprunghaft. Die Pandemie breitet sich wieder rapide aus, schneller noch als zu Beginn vor mehr als einem halben Jahr. Oh, let's go, that's class! Yo Leute, ich hab im Laden einfach einen Dudler gekauft, einen Dudler und wo ich das gar nicht darf, meine Mutter erlaubt mir das nicht, aber ich hab's trotzdem gemacht. Nachher kommt auch noch ein Freund, dann wird richtig einen Dudler gesoffen und sagt schon richtig spät draußen, ich müsste eigentlich schon in der Bett sein, aber... Up and down the crown, tears no more fight tonight. Lala booking hot, lala gonna start, it's for me and you, let's dream come true. Lala booking hot, lala gonna start, I got you. Hi! Boah, die sieht aber ein bisschen zu alt aus. Schade. Wer bist du? 13 oder 14? Was glaubt ihr denn? Es ist eine Frau. Pfiff. Wollt. Wollt. Bis zum nächsten Mal.